Die ersten Hochzeiten auf den ersten Blick Kandidaten 2022 sind in den Hafen der Ehe geschippert. Zwölf Teilnehmer hoffen, in diesem Jahr im Rahmen der TV-Show den Partner fürs Leben zu finden. Das erste Date erfolgt allerdings erst vorm Traualtar. Wer die besten Chancen auf eine glückliche Ehe miteinander hat, bestimmen die Experten Dr. Sandra Kühldorfer, 41, Beate Queen und Markus Ernst. Als erstes Match legten sie Peter und Jaqueline fest. Nun haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Sowohl Peter als auch Jaqueline waren vor ihrer Trauung extrem aufgeregt. Als die Stationssekretärin eines Krankenhauses den Hochzeitssaal betrat, stolperte sie sogar vor Nervosität. Ihr Zukünftiger fand das allerdings ziemlich süß, er wirkte ohnehin direkt total geflascht von ihr. Ein Wort. Wo, freute sich der Polizeibeamte. Kein Wunder, dass er wenige Minuten später dann auch Ja sagte, genau wie die 26-Jährige. Damit haben sie eine rechtskräftige Ehe geschlossen. Peter und Jaqueline suchten von Anfang an die körperliche Nähe zueinander. Demzufolge waren beide auch von einem Kuss nicht abgeneigt. Es gab einen Kuss, weil die Gefühle so überwältigend waren, und ich wollte ihm ein positives Gefühl geben, und ich finde, ein Kuss besiegelt nochmal alles, erklärte die Nordrhein-Westfälin, nachdem sie mit ihrem frisch angetrauten Ehemann geknutscht hatte. Hochzeitssaal auf den ersten Blick, acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20.15 Uhr in Sat.1, und auf Jun.